Diese Krankheit hatten Stars wie Bill Kaulitz oder Manuel Neuer. Die Krankheit kann schwarz oder weiß sein. Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen. Ihr könnt sogar selbst die erste Diagnostik machen mit der sogenannten ABCDE-Regel. A, B, C, D, E, F, U. Kann ich weitermachen? Eines der Hauptrisikofaktoren ist unser Sonnenlicht, aber auch künstliches UV-Licht. Therapieren tut man diese Krankheit bestmöglich mit der Exzision. Das bedeutet ganz simpel die Ausschneidung. Einer der wichtigsten prognostischen Faktoren, also ob man überlebt oder nicht, ist die Eindringtiefe in die Haut. Weißt du, über welche Krankheit wir sprechen?